Hallo und willkommen zurück! Ich freue mich! Weiter geht's! Also, hoffentlich schaffen wir es jetzt, ihn zu retten, nicht wie bei der armen Mutter, die wir leider nicht retten konnten. Je mehr wir dabei haben, desto mehr Chancen haben wir zu überleben, ne? Ja, die kriegen wir schon hin. Okay, 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 okay. Ähm, hier, let's go. Ich nutze mich. Wollt ihr mir den Rest geben? Sei still! Wir bringen dich hier weg! Was? Da, die Schenkerin! Sie hat den Sohn! Nehmt ihr den Sohn weg! Shit! Nein! Bleibt bei mir! Vertraue ihr, Hugo! Das ist nicht nur für uns! Der Sohn gehört der Welt! Er ist unsere Zukunft! Kämpft für sie! Du bist der Fluch, diese... Ich habe noch Extenguis! Ich helfe euch! Das macht ihm halt gar nichts! Was hat er noch? Extenguis? Oh, toll! Da kommen noch mehr! Super! Ja, hier! Oh, das ist ja richtig kacke! Wir haben kein, äh, Ding mehr, gell? Kein Bolzen! Ah, hier ist noch einer, okay. Ah, da ist auch noch einer, okay. Oh! Noch gebrauchen? Scheiße! Oh Gott! Hey, was war das jetzt? Der rennt aber auch schnell, ne? Ach, Mist! Jetzt sind wir am Arsch, jetzt sind wir am Arsch! Ach, da ist noch so eins, okay. Achtung! Schiff! Das hatte ich nicht bedacht, dass er so schnell da ist! Mano! Gehen wir näher ran! Ziemlich! Viel los! Ja, macht euch bereit! Da stehen Krüge mit her, direkt neben ihm! Jetzt, Demisia! Tu was! Mach nicht das! Wir sind Chiano! Oh! Sei still! Wir bringen dich hier weg! Was? Hoffentlich! Ciao! Sie hat den Sohn! Nimm ihr den Sohn weg! Ciao! Au! Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo! Das ist nicht nur für uns! Der Sohn gehört der Welt! Er ist unsere Zukunft! Okay! Für sie! Du bist der Fluch dieser Inseln! Sei still! Ignorier sie, Hugo! Wir sind bei dir! Wir gehen nach Hause! Komm schon! Ich habe noch Extinguis! Ich helfe euch! Ja! Ja, mach mal! Hat das was gebracht? Das bringt nichts! Egal! Bei ihm bringt's was! Wie kann ich denn? Ach! Der! Ach! Ich muss ihn vorne treffen! Ähm! Hä? Warum geht das nicht? Jetzta! Okay! Mist! Da kommt schon der nächste! Kacke! Jetzta! Ähm! Ich brauche halt... Egal! Machen wir's halt mit dem Messer! Ciao! Okay! Warte, geht's! Ähm! Ein Bolzen wär nicht schlecht! Oh kacke! Ciao! Wie viel denn noch? Oha! Okay! Ah, das war dumm! Nein! Amicia! Ah! Ah! Mann! Wir haben so gut angefangen! Oh! Was war's! Geh mir näher ran! Ziemlich! Viel los! Ja! Macht euch bereit! Ja! Hopp! Let's go! Oh! Was mach ich denn? Oh! Was mach ich denn? Oh! Was mach ich denn? auch noch! Zack! Nein! Bleib bei mir! Vertraue ihr, Hugo! Das ist nicht nur für uns! Der Sohn gehört der Welt! Ist unsere Zukunft! Kämpf für sie! Du bist... Ich habe noch Extinguis! Ich helfe euch! Ja! Oh Gott! Was? Zu mir! Ich brauche allemal sofort bei mir! Du! Dreckiges Miststück! Das läuft ja jetzt nicht mehr so... so gut wie vorhin! Oh! Shit! Sie ist gestorben, weil sie die Wahrheit nicht hinnehmen wollte! Genau wie ihr! Das läuft jetzt nicht mehr gut! Nee! Das läuft jetzt richtig kacke! Und nun? Was denn hier die beiden da reinlaufen? Ah! Okay! Der ist schon mal weg! Jetzt müssen wir ihn da reinlaufen lassen! Nee! Ist dumm! Okay! Moment! Ähm... Oh! Jetzt sind wir da selber reingelaufen! Oh! Jetzt du! Oh! Kacke! Was? Kleiner Hund! Oh! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Nein! Ich will nicht sterben! Okay! Der Große muss weg! Mann! Oh! Das nervt mich jetzt! Wann kriege ich das nicht? Oh! Jetzt bin ich da schon wieder reingelaufen! Oh Gott! Ich werde wieder gnadenlos verenden! Jetzt aber! Jetzt habe ich keinen Bolzen! Ich... 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 Oh nein! Jetzt bin ich da schon wieder reingelaufen! Halt durch, Amicia! Du schaffst es! Ja! Sie kriegen Verstärkung! Ähm... Okay, äh... 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 Hier! Keine Ahnung! Ich mach irgendwas! Kann das was... Ich... 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 Oh Gott! Jetzt bin ich schon wieder reingelatscht! Oh man, bin ich dumm! Ah... Ich bin nicht doof! Okay, den kriege ich so hin! Okay. Hm. Die gehen ja ganz... Jetzt bin ich da schon wieder reingelaufen. Oh, ich hab keinen Bolzen mehr. Hm. Spieler in das Jahr, was weiß ich nicht. Okay. Warum sind hier keine Bolzen? Schön. Oh Mann, das ist doch scheiße. Warum krieg ich das nicht hin? Oh Mann. Kann ich ihn noch einfach so befreien jetzt? Nee, gell. Ich muss alle umbringen. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Ach, echt? Ich hab nicht einmal mehr einen Bolzen. Ja, das bringt halt gar nichts. Jetzt laufe ich da schon wieder rein. Das ist auch super. Ganz toll. Ganz toll. Warum geht das nicht? Mit der Schleuder? Oh, da ist ja noch einer. Shit. Ciao. Boah, ist das nervig. Wie viel kommen da denn noch? Der war zu nah dran jetzt. Oh, der war echt nah dran. Jetzt hab ich keinen Bolzen. Super. Da liegt einer rum. Ciao. Oh, kacke. Da hinten ist so ein... Das gibt's doch nicht. Was ist das? Das gibt's doch nett. 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 Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Dass der mal weg ist. Oh, da ist der nächste. Oh, da ist das super. Bis die da auch irgendwas schmeißt, ey. Es sind ja schon alle gestorben. Scheiße. Scheiße. Ja, aber ich hab nichts. Ich brauch... Ich hab nicht mein Messer, ne? Ich hab nichts. Die von C.H.A. Da gerade, oh Gott, oh Gott, oh Gott Was nervt? Oh, da ist eines, sehr gut Der eine ist jetzt ohne Schild Können wir irgendwas hinschmeißen? Das wäre, oh, Kacke Hat das was gebracht? Geil, das hat, oh, Kacke Das hat nichts gebracht Das hat nichts gebracht Oh Gott, nein Das hat nichts gebracht Ich hab umsonst Einfach umsonst Das Ding ist sie halt nichts, ne? Kann ich wenigstens schon mal einen umgehen Oh, das hat ja super geklappt Gar nicht Perfekt Super Oh Das ist schön Das macht richtig viel Spaß Weil ich es auch richtig gut kann Oh Ah, oh Dass der nicht stirbt Jetzt auch Oh nein, jetzt ist da oben wieder ein neuer Jetzt sterbe ich Ich sterbe nicht, das war klar Ich brauche eine Eine kurze Pause Keine Ahnung Ich krieg's grad nicht Ne, wir machen weiter Wir schaffen das Das kann doch nicht sein Das gibt's so nicht Ich könnte kotzen Ich könnte kotzen Gute Idee Sobald es blitzt Lauf Schnell Wir haben nicht viel Zeit Okay Das ist so nervig Das ist so nervig Ich hab ja nichts Ne, das geht nicht Ich weiß, ich kann die Folge nicht so beenden Dass ich hier irgendwie Was ist eigentlich, wenn ich da Feuer draufschmeiß? Bringt das überhaupt irgendwas? Jetzt kann ich mir nämlich ein bisschen Zeit verschaffen Sooo Okay Okay Die sind so schnell Die sind so schnell Ja, geblendet bringt mir aber nicht viel Ja, geblendet bringt mir aber nicht viel So Boah, nerven die Die können so hart noch die Nerven Der blöder Penner Aua Na los Mach die Hand lange fertig Was mach ich hier denn gerade? Gute Frage Okay Oh, Feuer Hier hinten Oh ja Das ist eine sehr gute Idee Okay, Moment Oh Mist Oh Mist Da kommt jetzt ein neuer Scheiße Äh, was? Ich krieg's Ich krieg's einfach nicht hin Ich krieg's Ich krieg's Ich krieg's einfach nicht hin Oh Gott Das ist so scheiße. Ich versuch's. Jetzt ist der da oben wieder am Start. Lukas, Stupfaccio wär jetzt gut. Klar, hab dich bereit. Wir müssen uns beeilen. Er hält nicht lange. Schöpfe die Schöpferin! Holt euch den Sohn! Auf jeden Straß! Halt durch, Amicia! Du schaffst es! Ja! Sie kriegen Verstärkung! Ich freu dich! Jetzt, du Amicia! Na los! Mach die Hand langer fertig! Was macht ihr denn gerade? Gute Frage! Genau! Zeig ihnen, wie nutzt und sie sind! Vorsicht! Er ist geblendet! Ah! Oh! 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 Das hilft alles nix. Ich krieg's einfach nicht hin. Keine Ahnung. Mach Hackfleisch aus, den Typen. Dann bring ich dich um. Nein! Die kriegen dich nicht, Ugo. Versprochen. Es reicht! Gut. Nimmst du mir jetzt bitte das verdammte Seil ab? Ach, ja. Stimmt. Das gibt's nicht. Vorsicht! Da kommt die schwere Truppe! Oh nein! Was? Die schwere Truppe! Oh nein! Was? Nein, bitte nicht. Warum läuft sie so lahm? Falsch! Konnte er das nicht anmachen? Verdammt nochmal! Es ist vorbei! Geschafft, Ugo! Ja! Atme durch! Beruhig dich! Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja! Bitte! Ich habe jetzt fast eine halbe Stunde damit verbracht, die alle umzubringen. Zehntausendmal. Perfekt. Wow, war das furchtbar. Das war jetzt echt schwer für mich. Das war echt schwer. Das hat mich jetzt echt viel... ...gekostet. Oh je. Okay. Aber die Hauptsache ist, dass wir es geschafft haben. Ich hatte noch nie so viel Bolzen. Das ist ja mega cool. Oh, warte. Ähm. Okay. Richtig gut. Okay. Dann helf mir dem Rollen jetzt mal. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ne? Na gut, also dann... Komm mit! Das gidecker ist! Wir sind jetzt... Wir sind ja einmal auf den Renn-Morasi. Und jetzt? Tässche. Hähne! Wir sind an der Renn-Morasi. Ich habe nicht mehr auf den Renn-Morasi. Die ganze Zeit. Wir sind noch mal auf den Renn-Morasi. Die ganzen sind noch mal auf den Renn-Morasi. Und die ganze Zeit. hat ja ganz schön gedauert kommt an bord du machst der pause wartet eure mutter sie kommt nicht mehr wir müssen los jetzt verstehe ich werde einmal du sie kommt niemals mehr ich weiß ich wollte jedoch noch so viel erzählen ich auch aber sie wusste sie wusste alles glaubt mir du warst ihr größtes geschenk weißt du sie liebte dich so wie du bist wie sie dich geboren hat wir werden leben und wir werden heilen die narben werden bleiben durch sie vergessen wir nicht und sie helfen zu akzeptieren bis sie weniger schmerzen so 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 so